Uttana Kukutasana ist der nach oben gedehnte Hahn. Du kannst es im Sitzen machen und auch im Liegen. Zunächst komme zum Lotus-Sitz. Und im Lotus-Sitz gib die Arme zwischenunter den Oberschenkel hindurch und falte dabei die Hände hinter dem Kopf. Das ist Uttana Kukutasana im Sitzen. Jetzt kannst du die Hände auf den Boden geben und dann langsam die Unterarme auf den Boden geben und so nach vorne gehen und dann die Hände in den Kopf geben. Das ist Uttana Kukutasana in der liegenden Stellung beziehungsweise in der nach vorne geneigten Stellung. Diese Uttana Kukutasana entspricht etwas mehr dem Uttana, das heißt dem hinten intensiv gedehnten Teil. Theoretisch gibt es auch noch die Möglichkeit, das Ganze auf dem Rücken liegen zu machen. Das ist dann Subta Uttana Kukutasana. Auf dem Rücken liegend die Hände hinter dem Kopf falten oder an den Kopf anlegen und tief durchatmen. All diese Variationen sind gute Massagen für die Bauchorgane, sind gute Übungen, um die Lotus-Flexibilität zu erhöhen und auch schöne Übungen, um den Geist nach innen zu bringen. Die Dämonen sind gut, um die Dämonen zu erhöhen.